Und Action! So, das musste ich einfach, das musste mal wieder raus, ja. Ich habe das die ganze Zeit versucht zu verhindern, dieses Und-Action. Das musste einfach mal raus, dieses, ich brauchte dieses, äh, und, äh, erstmal, also Hallöchen erstmal für die YouTube-Leute und Hallöchen alle Leute, Hallöchen vor allem, Hallöchen, äh, nein, Hallöchen, Mann! Äh, alle Leute im Livestream und, äh, es ist schon immer noch wieder ein bisschen spät, aber es ist trotzdem schön, ja, es ist ja Wochenende, ey, Wochenende, immer noch Wochenende, ja, und immer noch ein sehr, 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 sehr langes Wochenende. Wir wollen jetzt ein bisschen Loll machen, es sind sogar, es ist eine neue mit dabei und wir haben ein Phänomen gerade, es ist gerade ein Phänomen, hat stattgefunden, und zwar, wir haben zweimal Alex, zweimal Sarah, zweimal Sarah, zweimal Alex, ja, und eine Cosi natürlich. Und das ist schon wieder, ich, es ist wieder Zufall, es so wollte, ich habe nichts damit zu tun. Und, äh, die Zufälle finden mich irgendwie immer, ich weiß nicht, warum das so ist, ist aber so, war schon immer so, mein ganzes Leben. Aber das wollte ich jetzt gar nicht sagen, ich wollte noch schnell noch ein Liedchen noch, damit wir schön uns einstimmen können auf Loll. Ja, ich musste mich gerade nochmal mit Mr. Big, das konnte ich leider jetzt für die YouTube-Werte nicht vorspielen, weil sonst kommen wieder Lizenzrechte Probleme. Wenn ich diese Probleme habe, dann kommen die wieder unter mir mit den langen Haaren, dann habe ich keine Ahnung, ich meine, ja, kurz, muss ja nicht sein, man noch. Deswegen, aber wir können das Lied, können wir spielen, denn das ist ja schließlich Loll und Loll dürfen wir machen. Also, Achtung, gucken wir mal kurz mal rein, aber nur ganz langsam, wir wollen uns wieder einstimmen, die einen Menschen sagen, nein, nicht schon wieder, Cosi, nicht, nein, nicht, was ihr denkt, ein anderes Lied, aber das auch, ne, aber da werdet ihr auch wieder sagen, no, nein, no, nein, aber ich will es trotzdem nochmal, weil ich muss mich ja einstimmen, denn ich brauche jetzt, ich brauche das bei Loll, ich will nicht einfach so Loll-Loll spielen, ich muss, bei Loll muss ich Loll sein, versteht ihr, das ist wie bei Counter-Strike, das kann man nicht so einfach Loll spielen, ich brauche das, ich brauche das, also, sie hat es zweimal so gesagt, das ist fast wie ein Zauberspruch schon, ich brauche das, ich brauche das noch ein viertes Mal und ich kann eine Ulti rausschlagen. So, wo ist denn das Lied jetzt? Da ist es, ja, ich brauche Burning, Burning Brigitte brauche ich, so, ich brauche Burning Brigitte. Gott sei Dank, da ist es, nochmal, nochmal, ich will es ganz hören, ich will es ganz sehen, wo ist denn die Lautstärke, ich sehe die Lautstärke nicht. Klauen. Da war die Verglanzin, Nein, 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 wir sind die Verglanzin, nein, wir sind die Verglanzin. Da war die Verglanzin, Die vraagst du, делierst du, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Geduld! Bei Hypnose Void braucht man Geduld! Net zu hoch! Ich sollte ein Ohr frei haben, damit ich meine Stimme hören kann, sonst sehe ich es noch falsch. Ich sollte ein Ohr frei haben, damit ich meine Stimme hören kann. Das habe ich gebraucht. Cool man! Wusch! Wusch! Zack! Wusch! 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 Ich komme nicht runter! Ich komme nicht runter! Wusch! So! Da bin ich wieder! Es hat etwas gedauert! Es hat etwas gedauert! Tut mir leid! Ich war wieder im Hypno-Modus! Ich brauchte das ja! Ihr kennt mich ja! Kein Ding! Ja! Und seid ihr denn noch fit? Oder könnt ihr jetzt schlafen in Ruhe? Ich bin wieder fit! Wir sind so fit! Wir sind total fit! Okay, dann stelle ich euch erstmal kurz vor! Super! Für die Tausenden von Menschen! Auch hier bei YouTube und auch bei Facebook wollte ich schon sagen! Bei Facebook! Also erstmal Sandeer jetzt wieder fit! Sag mal Hallo! Ja! Guten Abend! Und jetzt Leute! Erstes Phänomen! Sarah, sag mal Hallo! Hallo! Dann zwischendurch! Hallo! Nein! Nein! Das war falsch! Das war falsch! Nein! Warte! Hast du Sarah gesagt? Ja! Nein! Achtung! Zweites Phänomen! Alex, sag mal Hallo! Hallo! Ja! Und dann noch ein Phänomen! Sarah, sag mal Hallo! 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 Ein Echo! 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 Ach! Ja, Mensch! Halleluja! Lass uns ein freundliches Halleluja sagen! So! Halleluja! Genau! Dann haben wir alles! Wir haben die Formalitäten geklärt! Ja! Jetzt musst du nur noch annehmen! Ach! Ich wieder! Ich hab's wieder! Ich wieder! Warte mal! Bei Sarah, ja? Bei Sarah annehmen! Richtig? Ja! Also nicht bei Zandea! Okay! Jetzt weiß ich nicht, was ich angesprochen fühlen soll! Ah! Da habt ihr selber Schuld! Ich kann nichts dafür! Ich sag Sarah! Also ich sag Sarah! Ich sag immer Sarah! Beide! Ja! Tja! So ist das, Leute! So ist das hier! Darf ich dann starten? Oder möchtest du schon noch irgendwie was? Äh! Weil das hört sich ja bei dir schon wieder so brutal an! Darf ich jetzt starten? So! Also wenn brutal dann? Ich starte jetzt! Okay! Oh ja! Das war noch brutaler! Ne! Ne! Warte mal! Ne! Tja! Was machen wir denn? Liebste Cosi! Darf ich diese Runde beginnen? Oh! Das war aber schön gesagt! Also ich muss noch... Kann ich das schon umstellen? Warte mal! Weil der zeigt manchmal nicht... Ne noch nicht! Oh ja! Gut, dass ich das gerade getestet habe! Weil ich muss auf die andere Seite wechseln! Gut! Warte mal! Zack! Warte! Die! 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 Wo bin ich denn jetzt? Wo bist du? Nein! Wo willst du hin? Da! Ja! Jetzt ist alles Rocha in Kambodscha! Bloß in Kenia! Da sind es wenige! Gut! Ich glaube, wenn wir eine Kiste weiterkommen, dann läuft der Braten richtig hier! Also ich muss noch eine Kiste weiterkommen! Okay! Wir können einen weitermachen! Achso! Warte! Habt ihr euch schon geklärt, was ihr spielen wollt? Darf ich meine Amy spielen? Ja! Darfst du schon, ja! Weil ich habe jetzt in letzter Zeit fühlte ich mich so ohne Amy total verlassen und ohne meinen Teddy irgendwie! Mir fehlt meine Amy das Feuer und der Teddy! Ja! Okay! Darf ich? Das ist schön! Gut! Dann können wir von mir jetzt los! Also wenn die anderen bereit sind, ich bin tierisch drauf hier! Jetzt kriege ich Angst! Warte! In die Schlacht! Zack! Jetzt können wir umsteigen! Genau! Jetzt können wir praktisch wieder singen! Spürst du den Boden beben? Tausende müssen es sein! Jetzt heißt es warten, oder? Warten auf Tomaten! Ja! Warten auf Tomaten! Ich bin ja ein bisschen aufgeregt! Mann! Ich habe gestern so rumgelust bei dem... Was habe ich gespielt? Wie hieß das Ding nochmal? Carmen oder so habe ich gespielt? Carmen! Genau! Karma! Karma! Das ist ja ein Champion! Vor allem wenn der tot ist, dann fliegt das Mannequin da oben raus und landet brutal auf dem Boden irgendwie! Das ist wirklich ein übler Tod, was das arme kleine Mannequin da durchleben muss! Wirklich mal! Also ich... Wisst ihr? Also auf jeden Fall, ich brauche wahrscheinlich... Also ich würde gerne Champions haben, die niedlich sind und irgendwas mit Feuer oder niedlich sind oder so! Oder die irgendwie eine Begleitperson haben! Das wären so meine Champions! Sowas brauche ich! Also welche, die Feuer machen können, die niedlich aussehen oder die eine Begleitperson haben oder sind irgendwie, aber keine Ahnung! Nunu! Was? Momo? Nunu! 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 Sagt mir nichts! Müssen wir uns einfach mal angucken! Achso wir spielen jetzt gegen richtige Gegner, oder? Ja! Okay! Okay! Das heißt, das wird jetzt wieder dramatisch werden! Aber ist das gegen die Bots auch dramatisch gewesen? Ich erinnere mich nicht! Vielleicht spiele ich sogar jetzt besser gegen richtige als gegen Bots! Was? Haha! Das wäre auch ein Ding! Na gut! Dings! Karma zählt ja nicht! Karma! Karma! Der zählt ja jetzt nicht! Achso! Ich noch! Ich wollte es spannend machen! Willst du auch spielen? Das ist lustig! Habe ich alles richtig? Annie 2! Die böse Annie! Genau! Alles richtig eingestellt! Aber wir haben gestern auf jeden Fall ganz schön rumgefaltet! Das ist auf jeden Fall! Und für die Zuschauer... Achso! Mensch! Ich sehe den Chat gar nicht! Mensch! Ich sehe ja den Chat gar nicht! Warte mal! Fällt mir grad mal auf! Da können wir wieder mal... Wie war denn dieses Chat Ding? Dieses Chat Ding? Wie war denn dieses Ding, was wir da hatten? Dieses... Bitte? Dass ich jetzt nicht so auf den Chat eingehen kann! Warte mal! Darf ich dann grad die chobleppen! Ja, da war's dann gekommen! Was war denn das? Das war Ausrufezeichen... War das Chat? Ah ja, warte! Hat jemand Ahnung? Hab ich alle schon gemacht! Das fällt nicht unter meine Aufgabenbereich! Bitte? Bitte? Bitte! Ich meine Schatz, du machst das so super... Du brauchst mich dafür gar nicht! Bitte! Nein. Kretofter. Kretofter. Da können wir nicht fünf gegen fünf machen. Ja, dazu müssen wir mehr... Nein, gar nicht. Da müssen wir hier dann mehrere Leute haben. Kretofter. Da müssen wir mehr Leute von den alten haben. Dann machen wir sieben alte, drei neue so. Ansonsten mal erst so... Ich habe kein Dorsch zu dem geschrieben. Ach so. Geil an alle. Ansonsten dann halt, sag schon, vielleicht auch mal zwei neue. Drei alte und zwei neue oder so. Mal gucken, was da... Oh, guck mal, das... Ach, Nunu. Da ist ja dieser Nunu. Von dem haben wir gerade gesprochen. Das ist aber witzig. Welch ein Zufall. Seid mal ehrlich. Guck mal, schon wieder ein Zufall. Wir haben gerade von Nunu gesprochen und schon taucht Nunu auf. Oh nein, das ist ein Nunu-Support. Ja, richtig. Was, ein Nunu-Support? Oh nein. Und das war ja voll AP Nunu. Oh nein. Was, was, was ist AP Nunu, 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 Nunu? Was? Voll AP Nunu-Support. AP Nunu-Support? Ja. Das ist anstrengend. Leute, viele Zuschauer... Sehr anstrengend. Viele Zuschauer... Support genommen. Warte kurz. Viele Zuschauer, Sternwächterin, Jings ist ganz links. Ja, damit der wisst, wer da ist. Wir haben... Und dann haben wir Quinn. Yeah. Yeah. Und dann haben... Oh, schon weg. Mann, ich wollte doch noch die Bilder alle genießen, Mann. Ich wollte doch die Bilder noch genießen. Ah, ich hab meine Amy wieder. Ich hab meine Amy wieder. Oh, Mutai vor allen Dingen. Da muss... Da muss ich... Da muss ich... Da muss ich an... Ich muss an einen bestimmten Spieler... An einen bestimmten Film denken. Blindheit ist keine Schwäche gegen einen stinkenden Gegner. Ihr dürft nicht auf Timbers Tea Party. Blindheit ist keine Schwäche gegen einen stinkenden Gegner. Ja, stimmt. Blindheit ist keine Schwäche gegen einen stinkenden Gegner. Ey, du hast einen Sprung in der Schlüssel. Los, komm. Wo geh ich denn hin? Geh ich denn in die Mitte? Ich geh. Das ist voll psycho, wirst du das? Blindheit ist keine Schwäche. Das war gerade voll psycho. Sei kein Angsthase. Ich mag die Musik, ne? Die Musik ist schön. Die ist ja total toll. Die Musik ist schön. Die ist wirklich schön. Bei mir ist niemand. Wo sind denn die alle schon wieder? Die sind erschienen. Wir haben bestimmt gute Gegner, oder? Weil jemand von euch wieder irgendeinen Rang hat, der wieder wahrscheinlich so... Ich glaube, Nasus ist in der Mitte. Was? Ja, Nasus ist gerade in der Mitte. Sag mal, hab ich das gerade dahingestellt? Es sollte in den Jungle eigentlich hängen. Ja, ich bin schon da. Oh, ich bin schon da. Hab ich das gerade dahingestellt? Es sollte doch da in den Jungle rein. Oh, Mann, ey. Kosi! Das war falsch, Kosi. Was kann der, was kann... Leute, was kann denn mein Gegner? Der wird die meiste Zeit farmen. Der wird nicht verstärkt. Ich habe einen Eco-Support. Ich kann nicht mehr. Ach du Scheiße. Leute, Leute, was kann mein Gegner? Die Q ist ein verstärkter Normit. Damit wird er die meiste Zeit farmen. Die W ist eine sehr starke Verlangsamung. Da klickt er dich einfach nur an und du wirst es dann merken. Du bist dann sehr viel langsamer. Die E ist so ein Feld. Da wird dann eine Weile der Boden brennen und deine Rüstungswerte werden reduziert. Und ja, hauptsächlich aufpassen, dass du nicht lange in dem Feld stehst und das dann nicht an dich rankommt. Aber der kann mich auf jeden Fall nicht anspringen. Ne, das ist ja nicht. Ne, anspringen kann er nicht. Aber ja, und ranziehen kann er mich auch nicht. Ne. Das ist doch schon mal was. Aber der kann nicht verlangsamen. Ja, gut. Ja, gut. Nein, das darf der nicht. Das darf der gar nicht. Aber müsste dann eventuell vielleicht jemand die Mitte campen oder so. Ja, klar, Freund. Natürlich. Alter, ist der behindert? Guck mal, ich habe gerade einen Stunt drauf gemacht. Bleibt nicht so gut. Sag dir mal, das darf der auch. Sag dir mal, das darf der nicht. Ja, Mann, ich mache meinen. Oh Gott. Ich habe es wegen dem Schild nicht gesehen. Ach, ist ja noch genug Leben. Ja, ja. Ey, warte. Der blinde Dingsbums kommt hier. Oh, ich habe noch nicht. Ich muss, ich muss mal. Oh, oh. Stell mich mal vor dich. Level geschafft. So, jetzt muss ich mal ein bisschen Haushalt mit meinem Mana. Das war nicht Wolf. Ähm, ich glaube, ich gehe lieber. Ja, bitte. Doch, eigentlich ist es so. Der verliert ganz schön viel Farm. Okay, ich gehe ein bisschen weiter zurück. Hat er geflasht? Hat er egnetet auf der Top-Line? Äh, egnetet hat er. Und geflasht hat er auch. Aber ich habe auch beides raus. Hier lang. Hier lang. Für die Zuschauer. Habt ihr übrigens in meinem Bernd Tee was gesehen? Das muss ich immer fragen. Und ich spiele gerade schlecht mit meinem Mana-Haushalt, Leute. Ich muss mich kommen. Weil eigentlich muss man Nasus im Early-Game stompen, sonst ist es GG. Muss man stompen, muss man stompen, sonst ist es GG. Die Guts auch töten, weil das sonst sehr, sehr schwierig wird. Genau. Musst du stompen, damit du GG wirst. Ja, und dann, okay. Also, ich stompe das, damit du GG wirst. Also, Kosi, erklär jetzt mal, was er gesagt hat. Ja, ich soll jemanden stompen, damit er GG wird. Genau. Damit er nicht GG wird. Achso. Alles klar. Wo soll ich denn hingehen? Da gehe ich, oder soll ich Top gehen? Auf die Top? Weil wir tauschen, ja. Ja, ist denn da ein Gegner, den ich gebrauchen kann? Ja, geht. Also, der ist zumindest auch nicht schnell. Sei dein Angsthase. Warte mal, Top-Line war jetzt da oben gewesen. Ich bin manchmal super oben, ist unten, und unten ist oben. Ich bin mal ganz verwirrt, mein Top- und Bot-Laner. Also, in der Regel ist, oben, oben, und unten, unten. Nein, bei mir nicht. Sie hat trotzdem nur eins, der ist mehr als ich. Da ist ja so ein dicker, da ist ja so, ist das dieser Nuno-Dingsbums? Ja. Das ist dieser, na, ouch! Und was kann jetzt? Der wirft mit Eisklotz. Die fette Elke. Aber der ist jetzt, der macht ja den Turm hier, Mann. Der macht ja den. Fette Elke auf der Top-Line. Der macht ja noch fette Elke, macht der hier. Die fette Elke ist da. Oh, nee. Die fette Elke ist da. Oh, ich muss auf meine Mana aufpassen. Hat der eine größere Reichweite wie ich? Äh, nee, hat ziemlich gleich viel. Aber du solltest nicht mit ihm kämpfen. Ich soll nicht mit ihm kämpfen? Warum denn nicht? Äh, das Problem ist, er gibt dir einen Eisklotz und kann sich danach immer wieder heilen, wenn du ihm Feuer verhebst. Ja, was soll ich dann sonst mit dem machen? Tanzen? Äh, das würde gefühlt mehr bringen, als mit ihm zu kämpfen. Ja, aber was soll ich gegen ihn machen, dann, wenn ich mit ihm nicht kämpfe? Also nur farmen. Du kannst, ja. Das Problem ist, bei Nasus wäre die Situation ähnlich. Also, er wird auch beide nur farmen. Das Problem ist, Nasus, der farmt, das ist halt nicht okay. Aber der kriegt pro Farm mehr als andere Leute. Sein Einderskill macht dann extra Schaden pro Gegner, den er damit tötet. Aber ich kann ihm ja mein Bärchen geben. Mist, Mist. Mist, Aua! Achtung, ich wurde mal ganz kurz in den Busch. Bleib da, bleib bei den Minions! Ah, der hat mich sogar getroffen. Ich war doch so schnell, warum hast du mich getroffen? Du bist... Soll ich ihm mal mein Bärchen zeigen? Guck mal, ich hab ein Bärchen. Gefällt das dir, mein Bärchen? Also, die farmt ja noch schlechter als ich. Und ich farm schon scheiße. Soll das was heißen? Komm, Bärchen. Ich sag euch, ich geh mal back. Weil dann... Kaufe ich kurz was. Nein. Ich komm mit. Nein, Mist. Ich hab's noch. Komm, Bärchen. Oh nein, ich bin doch gestirbt. Ich hätte mich... Na, normal. Bärchen, wo willst du hin? Achso. Mist. Komm, komm, ne? Mist. Ich weiß nicht, Tower-Dive ungern. Hat auch noch Ult ab und ich bin Low-Dive. Lieber nicht. Also, ich mag auch sowieso an sich keine Gangs. Keine Gangs? Er mag keine Gangs. Keine Gangs. Gangs von New York. Ich weiß nicht, ob was für Gangs ihr denkt, aber... Die sind auch für Gangs immer gekommen. Die haben wir doch vorher schon gesprochen, die Gangs. Ja, davon sind auch so der Zeit offen. Den könnten wir abfangen. Und da? Ich bin grad Base gegangen. Wie gesagt, ich war low-life. Wir sind auch noch lange nicht da. Wir sind noch nicht so da. Kommt raus, kommt raus. Raus, wo immer ihr seid. Ich war nicht wirklich kampfbereit. Ich wollte grad Base-Gangs. Oh Gott, ich sterb so hier rum. Ich sterb so hier rum. Da ist so ein dicker Wollknoll, der gegen mich kämpft. Wo bin ich eigentlich? Sag mal, Annie, wo bist du eigentlich? Was macht der da hinten eigentlich? Warum ist denn der Bär so weit weg da, dieser Knoll-Wollknoll-Bär? Warum hast du denn jetzt nicht geschossen? Warum hast du... Oh, da kommen noch mehr. Der Echo fehlt, ne? Ja. Leute, ich hab hier zwei. Das ist gemein. Ich hab hier zwei. Das ist aber... Sandeer, du hast mir ja keinen Schwimm-Urlaubsplatz gegeben. Für den Jax kann ich nichts. Ich hab hier zwei. Ja, der sollte theoretisch demnächst wieder weggehen. Jetzt machen sie den Turm zu zwei wahrscheinlich. Autsch. Ey, der haut immer voll rein mit seinem Zeug da. Aber der Jax ist schon wieder weg bei dir. Er ist auch wieder weg, das stimmt. Ey, der dicke Mann, der ärgert mich da, dieser Dicke. Bekämpf den einfach mal. Bin auch da. Bekämpfen? Na, der macht mich aber so schnell knapp aus. Ich bin da. Okay. Keine Kraft drauf. Ha, der war ja gut. Das ist auch noch miss. Halt, hol's halt. Ob. Bitte wieder da. Meine Annie ist die Lamsang. Ich mach mal das Gefühl, meine Annie hat ne Ritterrüstung an oder sowas. Ich bin nur Flash. Sie hat ne dicke Winterjacke an, der ist natürlich. Ja, genau. Flash. Flash for Fantasy. Der war gut. Du hast sie versteckt im Walde. Er versteckte sich im Walde und rufte laut Alde. So, Achtung. So. Warte mal. Na gut. Oh, Bärchen ist vor lauter Erschöpfung umgefallen. Mein Bärchen hat er... Mein Gegner wurde getötet. Oh Gott. Mein Gegner. Ich geh ran. Ich geh ran. Oh mein Gott. Ey, die sind alle hier bei Annie. Mann, was ist denn da in der Maus los? Hör mal auf jetzt. Ich hab geflasht. Flash. Na, Bärchen? Man kann auch nicht ausweichen. Ich bin gelangsamt. Ich bin gelangsamt. Ich bin gelangsamt. Ich geh schon da. Oh Gott, ey. Du böser, böser Wolknoll, Mann, du. Boah, böses Todli. Oh nein, oh. Ich hätte mein Schild anmachen sollen. Vielleicht. Also ich find Jink Support total gut. Leute, der macht sich hier... Der wird hier ganz reich bei mir. Easy. Krieg wir hin. Selbst wenn der dich im Fahrmarkt töte, das ist immer noch angenehmer als für Nasusfrauen. Ach, der fette Borgata ist auch nicht so verkehrt. Ist echt so. Der dicke Mann. Wenn ich an meine Items komme, dann passt das schon. Dafür sorgen wir schon. Hast du meinen Bärenz? Hier warst du gesehen? Der kommt zum Drake. Ja, rausgenommen. Annie, gib Gas! Fang an zu schweben! Als ob das nicht getroffen hätte. Nein, ich werd ja auch mächtiger. Von einer hat mein Pinguo. Den werd ich mir noch zur Brust nehmen. Sei kein Angsthase! Gehen wir jetzt mal ins Gebüsch und uns kurz verstecken. Lulu machen kurz. Jax, komm dir in die Mitte. Lulu machen, Lulu machen. So, weiter geht's. Oh ja. Aber irgendwie ist der komisch. Der greift nicht so richtig meinen Turm irgendwie an. Oh Gott. Der ist irgendwie ein bisschen müßig. Hey, ich hab noch... Oh, ich dachte, das war verbündet. Ander, okay. Oh, ja gut, aus der Entfernung. Das ist aber nicht schade. Zu früh. Ah, grad noch so. Oh Mann. Wow, hier ist grad irgendwas pinkes Land geflogen bei mir. Das war meine Ulti. Ja. Mach mal! Dass mich echt die Asch-Ult geholt hat, ist halt echt ängerlich. Der ist nicht da übrigens, bei mir ist keiner hier. Dann ist der bestimmt grade Shopping machen gegangen. Kann sein. Ein paar sind eben in der Mitte gewesen, jetzt wieder weg. Davon lebst du grad gefährlich. Wenn du sie kriegst. Ich lebe gefährlich? Ja. Dann gehe ich lieber weg, oder? Das tut mir so leid. Das ist so fit, sag ich. Ich hab mich schon, dass sie aber auch nicht gekriegt. Die wäre zu schnell zurückgegangen. Warte mal, ich mach was. Die auftauchen. Alles gut. Ja. Solange ich noch Assists dafür kriege. Mein Gott. Natürlich. Ich bin nicht weggekommen. Ich bin nicht weggekommen. Die waren zu zweit. Ach so, deswegen. Die waren zu zweit. Genau. Das, weil die Asse von da hätten kommen können. Also hätte Sven nach hinten gehen sollen. Ja, ich wollte meinen Standard noch, mein Board da hinten setzen. Aber ich war ja clever. Ich hab mein Bärchen zurückgelassen. Aber leider waren sie zu zweit gewesen. Ich wollte mein Bärchen zurücklassen, um den zu beschäftigen. Hat nicht geklappt, die Strategie. Ich hab mein Bärchen umsonst geopfert. Also bei uns ist hier unten gar keiner. Die sind alle weg. Ich hab mein Bärchen umsonst geopfert. Oh, jetzt machen sie den Turm. Die towern mich hier oben. Ich werd auf der Topland getowered, Mensch. Dafür towern wir die Botland. Oh, warte. Mein Turm ist aber so schön. Mein schöner Turm. Ja, Gott sei Dank. Oh, das war schnapp. Mein Turm. Jetzt geht's weiter. Und niemand ist da, der sie aufhält. Ich bin ja schon da, Mann. Warum lauf ich nicht? Ich bin ja schon da. I'll be back. Andy, wir müssen ein wenig aggro werden. Wir müssen größer werden. Wartet auf mich. 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 Aber wir kriegen in der Zeit ganz gut was gebacken. Wir haben in der Zeit zwei Terme geholt. Wir nicht, dann kriegt ihr keine Funkkuchen. Euer Team hat einen Turm zu stütteln. Genau, Deckdarm. Gegner riecht eine Dreifach-Tötung. Kann einer hochkommen, Leute. Ich bin gerade in der Base. Unlucky. Ich müsste den Schuss... Könnt ihr echt nicht? Hast du sie? Alter, zu früh. Ich glaube, die hören dich nicht so. Ich glaube irgendwie auch. Unlucky. Leute, das war echt uncool. Da sind zwei Gegner. Die holen euch jetzt recht funktig auf. Oh oh. Ich holen die nicht. Ja, schön. Ihr hättet mir locker mal entgegenkommen können. Ich habe euch drei vier. Ja, wir haben mit denen gerade halt gefeiert, ne? Das ist echt ärgerlich. Stopp, Nuno. Verpiss dich. Ich will auch mal. Warte mal, ich muss hier irgendwo... Ich muss mir mal ein Schutzschild haben. Ich muss mir irgendwo... Mach ich mir das hier? Ich bin weg. Okay, dann sollte ich... Jetzt auf mich, Chase. Oh ja. Dann Chase. Ich spiele nie mit Streichhäußer. Okay. Sag mir Bescheid, wenn ich noch was machen soll, ja? Äh, du kannst gerade, musst du die Lane noch einpushen, damit es zur Mitte kommt. Oh, das ist nicht der in der Herbst. Oh, das ist nicht der in der Herbst. Äh, Nuno ult und, ähm... Da kommt irgendwas zu dir hoch. Vorsicht. Nein, sag nicht sowas. Was kommt denn? Ich habe nicht genau gesehen, wer es war. Ja, da kommt... Nee, da ist... Nee. Und auch so, dass wir wieder umgedreht sind, aber ursprünglich ging jemand in deine Richtung. Jetzt kommt der Echo nach oben, glaube ich. Ich komme auf jeden Fall auch mal nach oben. Ah ja, da sieht es. Hier. Wir kommen auch. Weiter drauf rein. Auf Nijo. Eko kommt auch. Ja, Eko kommt. Oh, leil, meine Voltie. So, wer bist du? Du, kleiner. Oh, Gott. Kann auch erhelfen, das wäre voll cool. Bin ich gerade gestört wieder. Ich hätte... Oh, der hat schon wieder weiß ich was. Ich hätte meine Barriere... Meine Barriere machen... Oder, nee, mein Flash. Ich habe meinen Flash machen können. Mal Knappe. Also, bitte. Mist, ich hätte mein Dings machen können. Der Echo rausgekommen. Ja, leider. Oh, ärgerlich. Konnte halt ihn entweder wiederholen oder zu dir kommen. Ja, aber du hast jetzt keins von beiden. Hä? Jetzt hast du keins von beiden. Soll ich... Ich bin kein Gold sein. Ja, danach halt. Naja, ist doch okay. Hier für die Zuschauer, macht mal Herzchen. Macht mal Herzchen alle. Macht mal Herzchen. Und gebt mal ein Ausrufezeichen-Chat. Das wäre ganz nett. Macht mal Herzchen und Ausrufezeichen-Cosima. Na, das kommt zu mir richtig. Ausrufezeichen-Chat. Ja. Kommt raus, kommt raus, wo immer ihr seid. Oh, ne, das ist immer wieder tot, glaube ich. Bisschen. Bin unterwegs. Mann, ich... Ich kann dir leider nicht helfen. Hey, die sind alle hier bei oben. Wo sind die? Ja, das ist nicht nur Ash. Aber geh nicht zu weit vor. Ja. Ach, harte mal. Ash, mit Ash kenne ich mich... Mit oller Aische kenne ich mich doch aus. Autsch, Autsch, Autsch. Achtung, Nasus. Komm, hochgeflogen. Kommst, gefliegt? Bleib in der Nähe, aber geh noch nicht rein. Ich komm, gefliegt. Jetzt kannst du ran gehen. Auf sie drauf. Auf drauf. Du musst ein Stück näher machen. Du musst schon in der Angrufsreife halten. Auf da. Jetzt. Du wolltest sie doch holen. Okay. Wollt ich ja, ich muss... Du hast während des Kampfes Minions angegriffen. Das ist unpraktisch. Ach, Mann. Die waren aber gefährliche Minions. Das ist okay. Hätte ich den Versan jetzt nicht getötet, dann hätte der uns. Der Jacks ist bei euch, oder? Den können wir auch noch fighten. Alles drauf haben. Da sind jetzt aber zwei, Mann. Ja. Ach so, übrigens, da solltest du rausgehen. Ähm. Oh. Mann, ich war so gut. Ich bin weggeflasht und wiedergekommen und alles. Du musst auf jeden Fall aus dieser großen Eiszone von Nunu rausgehen. Die macht sehr, sehr viel Schade. Ich bin gerade weggeflasht. Ich bin gerade weggeflasht und wollte wieder angreifen. Und dann war ich tot. Schott, ey. Ja, Mann. Ich war gerade so pro gewesen. Ich war so pro gewesen. Nunu hat übrigens Ignite und Ultras. Ich war so pro und dann war ich am Po. Ja. Ach, Mann. Der macht hier vorher seine Show hier. Der... Ich bin schon wieder da. Mann, ich komme so schnell zurück. Sind wir schon da? Sind wir schon da? Na, Schluck. Erschluss in der Mitte. Noch weiter auf der Topline? Ja. Und habt ihr gemacht? Aus Uwezeichen Chat? Da steht jetzt noch zwei. Ich habe gleich wiederholt, dann können wir den. Ach, die kommen... Warum kommen die eigentlich immer alle zu mir? Gehen doch irgendwo anders hin. Achso, steht da. Steht da. Steht da verstanden. Steh du einfach mal drauf, Alex. Dann komme ich jetzt. Ja, ja. Oh. Oh, oh. Na, so sitzt hier jetzt. Wer will dich wie schon mal holen? Hä? Du hast doch gemeint, der hat kein Fleisch mehr. Hey, was machst du da, Annie? Warum? Ich habe nichts gesagt, dass du... Oder... Machst du den? Ja, oder? Der oben. Dürft ihr die Mitte? Immerhin, ja. Oh. Wie sehen wir denn im Moment aus? Sehen wir... Insgesamt ist okay. 13, 14. Hör mal. Oh, oh, oh. Da kommen Gegner. Ja, ich auch. Oh, shit. Oh, ich bin auch hier drauf. Renn einfach, renn einfach. Ich? Ja, rennen. Viel Erfolg. Können wir auch... Ne, wir müssen weiter in der Mitte, oder? Ja, wir kuscheln ein Deck weit. Ich glaube, du kannst dich vorsichtig nicht mehr halten. Aber einen mitnehmen. Ich darf lieber den Torben. Außer Legenda 2. Oh, Gott. Scheiße, ich wollte mein Bärchen... Ich wollte eigentlich mein Bärchen rausholen. Ich wusste jetzt nicht, wann ich, wie ich mein Bärchen rausholte. Ich wollte eigentlich mein Bärchen rausholen. Aber vielleicht war es ganz gut, mein Bärchen nicht rauszuholen. Achtung, Nuno. Hätte der keine Ult gehabt, hätte ich den auch noch geholt. Oh, oh. Ich habe noch keine Ulti, oder so. Ja, klar. Der Damage, Freundchen. Das ist okay. Oh, warum macht der denn so viel Damage? Soll ich auf der Top-Lane bleiben? Ähm, ja, kannst du hängen. Obwohl in der Mitte gerade Stress ist, oder? Äh, da sind wir dran. Oh, bin ich jetzt wirklich noch einmal da außen rumgelaufen? Ja. Müssen wieder welche gebannt werden im Chat? Kommt raus, kommt raus. Wo immer ihr seid. Müssen wieder welche gebannt werden? Welche, die sich wieder für ganz klug halten. Die ganz klugen und die ganz schönen bestimmt. Geht mir zur Botline runter. Die, die vom Mainstream, richtig? Die Mainstream, Leute. Hast du meinen Bären Tibbers gesehen? Genau, das ist immer noch nicht tanky, das gefällt mir. Ja. Ich habe einen Schatten eigentlich nicht guter, leider. Schade, Mann. Ich habe das mit... Da flasche ich so schön raus, und dann sterbe ich doch, Mann. Boah, was für ein... Boah, scheiße, oh. Aber ja, weht und tut er. Wenn was ist, sagt mir Bescheid. Wollen wir zum Baron gehen? Ne, ne, da kommen wir ja weniger. Ne, noch nicht. Die machen uns das. Wollen wir zum Drake gehen? Oh. Ja, die sind. Ist doch der Alex. Okay, wir sind doch was. Das ist immer voll geil, wenn die das macht. Oder dieses... Die strengt sich voll an. Ich kann gerade die Botline fischen. Ey, die strengt sich immer voll an. Oh, okay. Wieder mit, John. Hat der Key! Okay, never mind. Wasch! Oh, no, kommt sie weg. Ich bin tot. Oh, nein. Kommt was? Kommt da was? Ah, springt halt die ganze Zeit. Mach, schau, mach, schau. Oh ja, der Damage ist... Oh ja, was ist jetzt gerade passiert? Warum bin ich gerade jetzt... Ich bin so schnell... Ich habe gar nicht mitbekommen, wie ich gestorben bin gerade. Ich konnte... Ich habe gar nicht so schnell mitschneiden können, warum ich jetzt gestorben bin. Oh, oh, der Nunu. Oh, oh, böse Falle gerade, böse Falle. Oh, Schwede. Die müssten jetzt nur den Baron anschießen, dann wärst du tot. Aber haben dafür nichts. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Bin unterwegs. Nein, ich bin tot. Autsch. Alter, macht der Damage. Ja, ja. 800 Schaden von der Key. Jo. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Sei kein Angsthase. Cranket, sagt ihr Blick beim Spielen. Der Echo tiltet mich halt komplett, ne, mit seiner Mobility. Oh, Gott sei Dank. Danke für die Frage. Gerne. Ich habe immer voll die Action mit meiner Versalen hier. Ich habe mit meiner Versalen immer voll die Action. Bitte noch mal Hilfe, Kose, wenn du auch Zeit hast. Oh, wenn ich Zeit habe. Ähm, ja, wenn du mich so fragst, ich kann ja mal vorbeikommen. Jo, das ist nett. Das wäre echt lieb. Ich komme vorbei ein bisschen. Gerade für free, ne? Ja, ich komme vorbei. Ich habe jetzt gerade so mein Teddy und so, alles. Ich kann ja vorbeikommen. Also. Ich glaube, er schreibt mittlerweile wieder euch. Ihr auf der Botland der Farm, gerade für free, ne? Ja, ich kann da gleich auch mal runterkommen. Das ist echt uncool. Ich komme vorbei. Oh, shit. Oh, oh, no. Nein, defloor. Unlucky. Oh, oh, oh. Oh, nein, oh, nein. Oh, nein, oh, nein. Oh, ja. Oh, schade. Oh, schade. Oh. Oh, nein. Zu spät, alles. Alles zu spät. Lol, lol. Lol. Yo. Oh mein Gott. Good job, Leto. War geil. Jetzt willst du den Nasus-Stone. Ich hatte gerade... Wow, was? 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 Was zum Henker. Was ist hier eigentlich schon wieder... Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Ach, da. Oh, Prosi. Glaub ich. Einmal laufen. Einmal laufen. Guck mal, da klapper. Da sind Klappergebisse. Da sind Klappergebisse. Das sind meine. What the fuck? Das sind Klappergebisse gewesen. Warum soll ich denn weglaufen? Ich fühle mich ja ganz sicher eigentlich gerade. Macht mir nicht immer so eine Angst. Oh, das ist wirklich los. Holy fuck, ey. Sei kein Angst, Tate. Soll ich wieder auf die Top-Line gehen? Wie habe ich das denn geschafft gerade? Ich habe übrigens einen Sun auf den einen raufgehauen. Shiny, Shado sagt gute Nacht. Wer meint's hier? Shiny geht, oder? Shiny, schlaf schön, träumen was schönes. Wenn Shiny geht, dann träumen was schönes. Und alle anderen, die schlafen gehen, träumen auch was schönes. Oh, sehr schön. Und alle, die gebannt worden sind, auch ihr träumen was schönes. Möge euer Schlaf wohlgesonnen sein. Ach, Mensch. Nein, ich habe keine Kinn. Oh nein, da ist nur noch. Ich bin auch gleich da. Ach, sehr schön. Dich, 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 du auch mit. Dich, mich noch mit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. 1.300 Damage. I shut the shadow. Das kann ich sein, das uns verständlich bei. Wirken wir den irgendwie. Zu früh, zu spät, zu spät. Ja, Amy, warte mal, Amy, was machst du da eigentlich? Ich glaube, ich... Das kann doch nichts ernanzen. Ja, mein... Auch! Jetzt bin ich gerade zum ersten Mal wegen Blödheit gestorben. Ich bin gerade wegen Blödheit gestorben. Schade, Mensch. Danke. Wenigstens weiß ich, warum ich gestorben bin, dem Blödheit. Ja, da hatte ich auch ein bisschen Angst vor. Nein, das war dein R. Ja, und keines ist dann meine Krild Tofter... Ah! Was? Er kriegt nicht mal Agro! Er kriegt nicht mal Tower Agro! Obwohl, hat der nur noch Tower Agro gehabt, oder? Ne, ihre Ulti ist auf F. Genau, meine Ulti ist auf F. Er ist schon. Nein. Also habe ich doch meine Ulti auf Dingsebumse gemacht. Ne, meine Ulti ist ja mein Bärchen. Ne, meine Ulti ist ja mein Bärchen. Ähm... Müssen den halt aufhalten vom Farm. Ja. Wecksachen der Wachschirm. Hast du mein Bärchen? Hat das geändert, glaube ich? Oh. Warte mal. Zurück, zurück, Aini! Man, Aini, das hätte ich vorher machen sollen. Oh, oh, oh. Ist das halt falsch? Ne, sane, sane. Nice. Ich meine, was war das? Wollt ihr den Krum unbedingt decken? Habe ich auch nicht verstanden gerade. Wem wollt ihr den Grom stacken? Den Grom. Den Grom. Den Grom stacken. Genau. Okay. Okay. Wo soll ich denn bleiben? Soll ich Mitte kommen oder wo soll ich hingehen? Ja Mitte ist ganz gut Konto. Machen wir jetzt die Mitte. Wir müssen uns wieder schauen wo die Gegner auftauchen. Puscht gerade alle Lanes ein bisschen durch. Boah ein bisschen durch pushen kann ja nicht schauen. Oh nein. Oh nein. Usi. Tut mir leid aber ich lauf. Ich bin nicht weg. Oh. Du hast dich für die falsche Seite entschieden. Ey da halt. Du hast dich für die falsche Seite entschieden. Oh. Alle tot. Oh. Oh. Jetzt okay gut. Ich bin tot. Du bist tot? Mir wurde gerade gesagt du hast dich für die falsche Seite entschieden. Wer warnt das? Ein Verbündeter wurde getötet. Oh. Du hast ne richtige dreifach Tötung. Wobei der Nasus wird vor allem nicht gleich da sein. Schauen wir mal. Na ich versuch Toplane irgendwie was zu machen. Ach sind wir zu zweit. Jo. Wo soll ich denn kommen? Äh zu Toplane. Toplane. Guck mal die kommen nicht zurück. Guck's dir an. Ich raide die Toplane. Ja aber die Mitte muss auch aufgehalten werden. Weil der Nasus ist Farb da schon wieder. Ja wir können doch schon. Komm. Also die bleiben noch hier. Sehr schön. Ich bin tot. Ich bin tot. Also. Ja dann gehts weiter. Ja dann gehts weiter. Oh mein Lärchen. Komm weiter. Das liege ich im Dreck. Äh. Eins am Unfall. Mit meinem Tettchen liege ich am Dreck. Lasas geht weiter durch. Ich habe ein bisschen Angst, dass der dich hier macht. Oh danke. Sehr schön. Der darfst du jetzt weiter machen. Wie kannst du das heute? Wir kommen auch gleich. Ich glaube nicht, der Mann hält mich. Schade. Jetzt 5! Ich komme wieder! 4, 3, 2, 1! Ich bin wieder da! Wen soll ich töten? Ich bin wieder da! Der hat halt voll die range. Ja, die haben die Q-Range gebuft mit dem letzten Felsch. Warum hat der denn Gauntlet und Triforce gebaut? Ich weiß es nicht so genau. Triforce gebaut? Der hat den Triforce gebaut. Der ist ein bisschen arg dryhard. Dryhard, Triforce. Alles so dry hier, ist alles so dry Leute. Ultra dry. Ist alles so dryhard. Alles ist hier so dryhard, Leute. Das ist alles so dryhard. Das ist alles so dryhard. Wann mit's Liebe. Ich komm. Da kommt der auch, Mann. Die sind alle so dryhard hier. Das ist dryhard. Das sind dryhard. Das ist geil. Die sind echt alle dryhard hier. Junge, 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 Mann. Alle vier hart. Die sind so hart. Alle dryhard. Die sind so hart. Alle dryhard. Da kommt der Eko. In Zeitlupe bin ich weggerannt und gestorben. Habt ihr gesehen, wie episch ich gerade gestorben bin? Ich hab's nicht gesehen. Ah, das war episch. So ich... Uaah. 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 Ich bin so episch gerade gestorben. Das war richtig geil. War das ein geiler Tod. Richtig hordenmäßig. Ich bin richtig hordenmäßig gerade gestorben. Aber jetzt hol ich mir noch mal einen Zepter der Freude hier. Zepter der Freude. Und weiter geht's. Nicht. Okay, ich muss noch ein bisschen warten. Ich hab noch ein bisschen stummeres. 13 Sekunden, ne? Neue Team hat an zu schuhen. Uaah. Wusch. Wusch. Alle Missgarden aus dem Spot. Oh, die Schuhe. Uaah. Himen. Wo soll ich denn hinkommen? Ich hab grad Freizeit. Wo kann ich hin? Oha, gute Frage. Komm mit in die Mitte. Ja, in die Mitte. In die Mitte. Dann mal los. In die Mitte. Muss dir noch helfen? In die Mitte bitte. Ich komm hier. Ich komm in die Mitte! Ich komm in die Mitte! Warte mal hier! Oh nein! Oh nein! Das ist nicht fein! Ja! Gegnerische Doppeltötung! Ja! Kuschel-Dingsbums ist gerade gefallen! Und Sternwächterin-Dings ist auch gerade Aua! Los! 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 Das hat Rüstung! Ja, das hat viel Rüstung! Was machst du davon? Ine! Ine! Bärchen! Wo willst du? Komm doch mal mit Bärchen! Stehst da rum und erwartest! Nee, nee! Jetzt weg da! 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 Ansonsten hätten wir gesungen! Hast du meinen Bären-Teebas gesehen? Hast du meinen Bären-Teebas? Wo soll ich denn hinkommen? Ich habe gerade viel, viel... Gerade können wir nicht weiter rausgehen. Du kannst Jungle-Creeps-Farm. Wir könnten gleich theoretisch einfach mal für den Bären gehen, ne? Wenn die keinen Wischen haben. Dann müssen wir mal schauen, wo die alle hocken. Also wenn Nasus-Bot bleibt, können wir das gerne machen. Weil die haben glaube ich auch keinen Wischen. Die haben null Wischen. Wischen! Wischen! Wo ist denn mein Bärchen? Hat der jetzt... Hat der mein Bärchen aufgefressen gehabt? Ich fahre Pressure auf jeder Lane und dann können wir eigentlich einfach mal... Dann kriege ich die Esch. Tot das Wölflein! Ein Wölflein sitzt im Walde! Schnipp, schnapp, schnapp, schnapp! Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell! Hier, ich habe mich total verlaufen. Ich dachte, ich bin ganz woanders. Ja, du bist auch richtig. Wunderbar. Ich dachte, ich bin woanders. Ich wusste gar nicht, dass ich in der Nähe vom Bären bin. Ich dachte... Voll krass! Oh fuck! Und danach geht man Shopping machen, richtig? Genau! Danach Shopping! Backport, schneller, Backport! Schneller, Backport, schneller, Backport! Backport, Backport! Oh oh! Hoffentlich sehen die mich nicht, aber ich bin klein! Schwisch! Flash weg! Schön! Dafür gibt es als Verlohnung, darf ich mir auch was kaufen. Was denn eigentlich? Oh, nice! Es wird nicht rein gehen. Ne, ne. Ne, der macht der mit. Ich warte mal einen Augenblick. Ich bleib, ich bleib mal einen Augenblick! Oh, nice! Genau, Venus! Das tat gut! Es ist Echo oder Ash? Ich geb mir voll, voll promissisch Mühe, Junge. Doppeltötung! Perfekt! Ja, das ist mein Vogel, aber was? Echt kriegen wir die aber auch noch! Ich hab Glitzersternchen bei mir! So! Wo soll ich hinkommen? Warte mal, ich glaube auf der Toplan! Ja, du kannst die Toplan definitely pushen. Genau! Ich def die Toplan, Mann! Ich def mal richtig... Ich def die Toplan mal so richtig durch hier! Ich mach mal, wie war das nochmal? Ich mach mal, wie war das nochmal? Ich mach den Wave... Ich rate mal den Wave auf der Toplan hier! Machst du es in TryHard machst du? Ich mach es in TryHard hier auf der Toplan! Genau! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Kein Bock! Meine Minions sind gerade weg! Ich komm da nicht raus! Never ever! Denkt an Leute, seid schön TryHard, okay? Jo! Ich komm dann, oder bleib ich nach oben? Soll ich oben bleiben oder soll ich runterkommen? Hm, kannst noch oben bleiben! Ich bin zu gefährlich für euch, stimmt's? Ja, ist klar! Da kocht ich keinen Bock! Können wir auch nicht töten? Seid, äh, und... Nein, und der hat auch noch gar... Oh, die laufen! Oh! Sei kein Angsthase! Ich hab noch 100 Geld! Oha! Ich kenne mich immer noch! Sein Ernst! Ja, ja! Los! Go Alex! Sind wir schon da? Na ehrlich gesagt! Der kommt wieder, er kommt wieder! Ich hab ein Jungle mitgemacht! Meine... Meine Spielzeugarmee wird immer größer! Die wird immer mehr! Ja! Ja! Gegnerische Dreifachhörse! Na gut, wenn ihr meine Hilfe braucht, dann komme ich doch gerne! Ja, der One-Hitted und jetzt alle! Bis zum Beispiel! One-Hitted? Na ja, wir sind... Einer Tag in wir sind tot! Oh! Einer Tag hier seid tot! Was mit euch los? Hör mal auf damit! Ich kann das auch nicht so laufen! Mach da mal ein ordentlichen Lein und mit durch! Und zwei Mann... Okay, das ist jetzt mehr zu durch! Das sind drei! Die G uni m's weg und drei! Gegner noch im Leben! Ja, ich muss nur den Top dann pfaschen! Und kann den dann nur mit holen und beenden! Sie rücken! Mit Streiche zusammen! Und kann den dann nicht schlafen! Ich kann's dann setzen! Ich kann's dann setzen, es sind dann! Ich kann's dann setzen! Und ich kann das dann setzen, oder? Und so kann's dann bitte! Der Streiche zusammen! auf der top lane ich kann mir gleich hingeflogen und auf der top lane top lane ok mann na dann und die kommt es auch da ist mehr und hier jetzt kann man auch versuchen unten zu backdown was sich anbietet zu backdown guck mal da die bellen guck mal hier sind die bellen findest du echt wahrscheinlich da waren die bellen gerade ich hab mal so einen langen weg es war ein langer langer und so bin ich wieder mal blind in meinen tod gerannt versuch was wert ich bin blind in meinen tod gerannt ich glaube ich noch niemals auch wohl doch scheiße es verkackt haben schöner kick also wenn er mich fragt hat mich das nicht getroffen ich bin eigentlich nicht wirklich da war auch zu langsam kommst du vor dem weg ja oder ach so habe ich die kürze es sei dieser die autos ja so mächtig da stand gerade die autonahe hinter der nahm oder so keine ahnung so ein typ mit so einem schwert war das auf jeden fall ach so echo das ist übrigens sein clan tag das heißt also bei einigen leuten gehen die clans wirklich schon wieder bei alex hier auch aber der champion ist echo ist der gefährlich dieser echo mittelmäßig also schon aber ist mit einer der geringsten probleme gerade in diesem spiel wer ist denn hier das problem dann nehme ich halt den raus der das problem macht ich kann ihn doch ausnehmen aber du kannst gerne alles auf nasus hauen weil der scheint gefühlte 400 rüstungen und keine magic racy zu haben ja dann bin ich genau die richtige ansprechperson für den ja genau wir zwei sind die ansprechperson ihr müsst mich da müsst ihr uns nah ran bringen ihr müsst mich nah ran bringen der kommt sicher freiwillig zu dir ich weiß ja nicht wer das ist wie der aussieht das ist der große hund da unten der hund da unten ja großer hund da unten da kann ich jetzt nicht gucken ich bin ja ich muss überleben jetzt müssen wir aufpassen äh ja passt auf ich gehe toplanen ich pushe da ein bisschen können die beiden eigentlich ja ja wenn ihr wollt dann können wir das machen klar ich gehe auf ash aber nur wenn ihr rangeht ah aber ich dachte schon nice das ist ja gewesen der tier jetzt mit 4 wir könnten theoretisch einfach die mitte pushen ja aber solange das so viele leben macht mir das ein bisschen sorge ich muss halt nur vor echo und nasus aufpassen ja ich kann die eigentlich wegkriegen ich kann nur nur rein auf wir pushen durch die mitte ach du alles drauf er hat halt 377 rösten und da und panzer das war falsch das war falsch das war falsch ne oh ne ich bin tot ja der nasus macht uns halt alle weg ja so kommt weg zum sachen ja ich war nicht gut oh man oh man oh man oh man oh man mein bärchen war noch dabei mein bärchen hat andere ich gehe schon ich gehe schon der macht mich der macht mich der macht mich der macht mich so dryhard sie haben euch sie haben euch dryhard gemacht ach mensch leute wir haben dem nasus sogar schon im urdi mega viel farm die leider trotzdem total viel jetzt angesammelt gewinnen wir noch den pokal leute ähm oh 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 nein oh nein hört mal auf jetzt hier die machen alles kaputt die machen hier alles kaputt er hat auch mal überlebt oh nein da ist es gegnerische doppeltötung ja oh nein das sieht nicht gut aus heute das sieht nicht gut aus das sieht da ich bin da jetzt die welt ist gerettet ich komme ja aber der kommt sowieso wieder das ist das problem achten ja zweimal hab ich keine ahnung ich dachte ich hab nen bumse dingse ich hab gar kein bumse oh der ist so übel der dübel der ist so übel der dübel der nunu ja ist echt so ach der tut ordentlich weh leider ja die haben ein blödes cc rot portal gebaut das ist ja unfassbar ich muss ja der echo sind wir schon daaa push mal die toppen bisschen durch wir sehen halt grad nichts ab hier ist nunu jetzt habe ich mein bärchen end geskillt der ist jetzt ein riesengroßer teddybär seid kein angsthase und denkt dran leute seid kein angsthase oh 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 man meh oh ein hit wieder oh schade ich wollte nur mal in Richtung Bayern worden aber die haben da schon aufgelaut beide hier ähm ich würd nicht mal auf GA gehen ne Clara hast du mein bärnt hier was gesehen Mist die kommen die kommen ja und die kommen ja in der Mitte ja bleibt in der base Clara in der base was in der base ich würde erstmal auf GA gehen ne weil ähm weil ähm ich würd mir lieber logon mix dann 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 ja wegen nasus und bonus sonst kommt da keiner durch wir haben zu wenig AP schaden als support und cosy bei peel können wir auch für dich ich sterbe auch für dich ooooo ich sterb auch für diiiich aber wir brauchen halt dmg gegen die weil ich mach den combo mit ich auch die sind dabei haben ihn ooo ataki was soll ich machen ähm ähm mortal reminder äh ne Lord Dominic's Regards also last respect ich würd sogar naja beides ist ganz interessant also mortal reminder ist auch gegen nasus Ja, Morty Reminder wär halt schon geil. Gegen Echo-Heilungs-Deduction, gegen Nuno-Heilungs-Deduction. Die kommen jetzt komplett in der Mitte durch. Was redet ihr da, Mann? Du könntest das ja sonst noch umkaufen spielen. Du hast dann ja Geld. Oh. Alles gut? Ach, du reden die da? Bin gleich da. Oh, auch gut. Ah, der Typ, ne? Hm. Oh, Vorsicht, ja, du bist oben zu weit vorne. Ey, ich brauch noch ein bisschen Gold. Okay. Okay. Voll der Sturm. Es ist der Sturm, der mich mitgenommen hat. Der Sturm des Todes. Leute, wir brauchen Hilfe. Wir brauchen, wir brauchen, wir müssen irgendwie zaubern jetzt. Fang an zu zaubern. Ich weiß nicht, ob der schon wieder überlebt. Nein. Nein. Ach komm, ey, der Olde. Nein. Biep. Ja, Biep. Biep. Einen Turm zu schütt. Oh. Wir sind jetzt ne Minute totes Scheiße. Warte, mach ich auch keinen Schaden mehr. Er hat viel zu viel Lust und jetzt gesteckt. Das sieht nicht gut aus, Leute. Das sieht nicht gut aus. Wir müssen alle wiederkommen. Wir müssen alle wiederkommen. Das sieht nicht gut aus. Das macht irgendwas. Komm zurück. Komm zurück. Komm zurück. Komm zurück. Schnell. Rande an alle. Schnell. Nein, das sieht nicht gut aus. Ich hab noch sieben Sekunden, dann kann ich alle retten. Sieben Sekunden kommt Annie wieder. Fünf. Drei. Zwei. Eins. Jetzt. Annie. Kommt. Zurück. Los. Los Annie. Alle rauf. Ich stichere sie schon. Oh. Gestirrt. Aber glorreich gestorben. Für die Horde. Für die Horde glorreich gestorben. Ich hab wieder meinen Hordenrot hier. Ich seh meinen Hordenrot. Ja, Mann. Ich seh meinen Hordenrot. Ich dachte wir gewinnen. Wir verlieren. Das war ein Late Game. Was? Ein Late Game? Ja, ein Late Game bei Nasus ist einfach. Man kann ihn nicht töten. Ja, aber doch. Den muss man doch töten können. Nee, den kann man nicht töten. Also du hättest ihn töten können. Aber wir haben denen alle keinen Schaden gemacht. Ich hätt ihn töten können. Oh. Schade. Ich hätt ihn töten können, aber ich war nicht da. Ich hätt ihn, ich hätt ihn legen können. Ah, die Musik ist grad so schön. Und Kosi macht alle, was? Kalis? Kalis oder so? Kors? Kalis oder so? Was meint man, warum kam damit? Was? Denkt dran. Was ist denn nicht richtig mit denen? Denkt dran. Eko ist schwarz. Vorteil für euch. Was meint ihr damit? Eko. What the fuck? Kann es sein, dass das Leute aus dem Chat sind? Ich hab keine Ahnung. Kann das sein? Eko. Bestimmt. Kann sein, dass die uns gesnipet haben. Wir haben gesnipet. Bestimmt. Aber das wäre schon echt hart zufällig. Aber jetzt gibt's wieder satte Punkte hier. Warte mal. Jetzt guck mal. Ich hab wieder ein sattes D bekommen. Warum hab ich nur ein D bekommen? Was habt ihr so bekommen? Habt ihr geguckt? Ich hab ein D bekommen. Ich hab ein A bekommen. Ich hab ein A bekommen. B minus. Ihr Streber hier. Streber, Streber. Ich hab wieder ein D, Mann. Ich hab wieder ein D. Oh, Mann. Ich krieg immer ein D. Nee, ich will auch mal. Ich will mal ein S haben, Mann. Warum krieg ich kein S? Ich war so gut, Mensch. Ich hab alles aufgegessen. Ich bin mal kurz weg bis gleich. Oh, ich hab 14 Tode gestirbt. Ey, ich hab voll rum gefightet wie ein Tier und hab nicht einen Champign-Tort gemacht. Ich hab voll rum gefightet wie ein Tier. Teilweise, ebenfalls. Sechs Unterstützung gegeben. Junge, 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 Mann. Ich bin über 10 gestirbt. Über 10 gestirbt heißt schlecht. Unter 10 heißt noch gut. Über 10 heißt schlecht. Ja, Mann. Echt, Mann. Da, 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 da. Jephter. Jephter. Jephter fragt, was bist du? Genau. Ah, Warcam löst die... Warcam löst sozusagen... Genau, Holz. Auf jeden Fall Holz. Das stimmt. Nein, ich bin jetzt schon Loser. Erst kommt Holz, dann kommt Loser und dann kommt Anfänger. Ich bin jetzt schon im Loser-Modus. Ja, Mann. Komm, ich bin manchmal weggeflasht, hab meinen Schirm an eine Barriere gemacht und hab mein Bärchen rausgehauen. Der war diesmal nicht so ganz so effizient wie sonst immer. Und hab sogar ab und zu mal einen Stunt schon raufgehauen. Ja. Ich bin von Holz jetzt schon zu Loser und nach Loser kommt Anfänger und dann kommt irgendwann ein Fortgeschrittener und dann bin ich sozusagen... Ja, dann... Das ist dann noch ein weiter fern als andere. Macht denn noch... Wollen wir noch ein Spielchen machen oder wollen wir eher Feier machen? Wollen wir schlafen gehen alle? Ach, wir können gerne noch. Ich geh schlafen, glaub ich. Joa, ist ja Freitag. Sarah sagt, sie würde noch ein Dings mitmachen. Und Alex sagt, er geht schlafen. Ja, ich bin müde. Er ist müde, er ist geschafft. Oh. Hypnose Volt hat ihn fertig gemacht. Kann man sagen. Ach gut. Ja, dann schlaf schön. Genau, ich will erstmal die Aufnahme beenden und dann komm ich wieder. Okay, also auf jeden Fall Alex schlaf schön und wer noch mitmacht, bleibt da und die anderen raus. Ich weiß, es hört sich gerade ein bisschen hart gerade an. Dankeschön. Okay. Also, ich geh erstmal nach oben. Genau, also. Alex, wolltest du noch was sagen? Nee. Okay. Fertig. Achso, okay. Also, ich schlaf auf jeden Fall schön. So, also. Channel switched. Zack. So. Erstmal Aufnahme beenden. Ich weiß gar nicht, was jetzt... Ich war irgendwie toll. Irgendwie bin ich auch... Habt ihr gesehen? Alle auf die Amy drauf. Alter, auf die Amy. Und ich hab manchmal... Ich bin manchmal so schnell gestorben, dass ich gar nicht mitbekommen habe, wie ich gestorben bin. Also, ich hab's nur... Jetzt hab ich wieder nur... Also, bei den ganzen Schlachtkämpfen, jetzt war es wieder so, dass ich nur Blitze und Donner gesehen habe. Teilweise hab ich ja mal einen Lichtblick, wo ich schon ein bisschen was sehe in der Schlacht, wo ich dann nochmal vielleicht irgendwo was draufhauen kann oder so. Aber jetzt... Die... 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 Wo ich sofort weggestorben bin. Ich hab mich noch nicht mal gesehen. Ich hab gar nichts gesehen. Ich hab nur gesehen, dass der Bildschirm drauf wurde und ich tot war. Boah, bis ich da mal die Schlachten so richtig alles so voll analytisch sehen kann und dann so gezielten chirurgischen Eingriff auf so ein Champion machen kann. Also, das wird echt noch bestimmt dauern. Das dauert bestimmt noch zwei, drei Jahre oder sowas. Boah. Ich spiel ja auch nur im Livestream. Ich spiel ja sonst gar nicht. Ich spiel ja nur im Livestream. Das heißt, ich mach am Abend... Oder wenn ich dann mal Livestream mache mit LoL, das heißt also... Ja, spiel ich mal... Ich spiel ja ein, zwei Spiele oder so. So lernt man natürlich nicht so schnell, als wenn ich jetzt am Tag zehn Spiele machen würde. Wenn ich jeden Tag zehn Spiele machen würde, dann würde ich wahrscheinlich schneller lernen. Ist ja klar. Aber wenn ich natürlich so wenig LoL spiele, kann ich ja nicht so schnell lernen. Ist ja logisch. Für meine Verhältnisse, denke ich mal, hab ich schon gut gelernt. Dafür, dass ich nicht so viel eigentlich LoL mache. Nur im Livestream und so. Vor allem das Flaschen, dass das manchmal klappt mit dem... Am liebsten würde ich jetzt das drauf haben, dass ich... Wenn einer wegrennt, flasche ich hinterher und dann hau ich dir noch einen auf die Mütze und dann fällt der tot um. Aber das habe ich schon ein paar Mal so ein, zwei, drei, vier, fünf Mal hinbekommen. Hinterher geflasht, aber hat nichts gebracht. Aber einen schönen Hinterherflasch oder das habe ich schon hinbekommen. Naja, vielleicht ein, zwei Mal oder drei Mal oder so. Aber meistens klappt das Wegflaschen schon ganz gut. Noch die Barriere anmachen und dann wegflaschen oder sowas. Im Notfall. Gut wäre jetzt der nächste Schritt zu lernen, zu schauen, brauche ich jetzt nur den Flash, um wegzugehen, oder meine Barriere und beides. Und nicht, dass ich Flash, also meine Barriere mache und den Flash, weil dann habe ich meine Barriere schon verbraucht. So könnte ich praktisch sagen, ich mache erst meine Barriere oder so, oder mache erst meinen Flash und wenn ich dann immer noch im Bedrängnis bin, dass ich dann meine Barriere anmache und weiter renne. Vielleicht irgendwie so. Und wenn dann noch vielleicht noch mal ein Bärchen noch den Gegner rauffahren und dann weiter abbauen. Dann irgendwie. Aber das muss ja noch mehr Routine haben, dass ich dann im Notfall noch mein Bärchen hinterher schicken, oder rauffahren und abbauen kann. Oder vielleicht sogar noch einen Stunner oder sowas. Aber das ist dann wahrscheinlich für Fortgeschrittene. Das heißt, wenn ich vom Loser dann zum Anfänger, vielleicht kann ich das schon bei Anfänger, aber wahrscheinlich erst bei Fortgeschrittene. Also noch echt viel zu lernen. Die Theorie ist schon mal ganz gut im Kopf, aber die Praxis haut nicht hin. In der Praxis habe ich ganz viele Tasten. Da habe ich ganz, ganz viele Tasten. Ich drücke sogar manchmal Z. Die Theorie sieht ganz gut aus, aber die Praxis haut nicht hin. Ja, in der Theorie denke ich mir, da ist so ein Gegner, der hat jetzt nur noch so ein Viertel Lebensbalken. Ich flasche hin, haue denen meinen Stun drauf und dann haue ich ihnen noch eine Flamme drauf oder meine Kühe. Also nochmal meine Kühe oder dann haue ich mein Bärchen drauf. Aber in der Praxis funktioniert es gar nichts irgendwie so. Das funktioniert gar nicht. Die sterben immer alle gar nicht. Stattdessen sterbe ich dann immer. Verstehe ich immer gar nicht. Ich komme voll galaktisch an, voll phänomenal. Denke ich, dem mache ich das platt. Der ist sowieso schon fast tot und dann sterbe ich. Das verstehe ich immer gar nicht. Das kriege ich nicht in meinen Kopf. Warum stirbt der nicht und ich sterbe dafür. Ich war kurz davor, den zu töten und dann sterbe ich. Und das ist andauernd. Das ist immer so. Soll das immer Aufnahme werden. Also für die Youtube Leute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ähm... Pfff... Sag ich nur. Ich sag nur... Pfff... Echt mal. Aber ey... Habt ihr gesehen, ihr waren alle... Sind alle... Ich hab gegen 3, 4 von diesen Pro Champions haben die auf die mich eingekloppt. Ich hab ein Flash gemacht. Ich hab meine... Mein Schild gemacht. Alles hab ich gemacht. Mein Bärchen noch rausgezogen. Und trotzdem bin ich gestorben. Hab ich mit meiner Schnauze im Dreck gelegen. Mit meinen armen Bärchen. Und mein Bärchen hat auch im Dreck gelegen. Ja. Achso. Weil nochmal nachträglich schönes Wochenende eingewünscht. Ja. Falls ich lieber nochmal nachträglich öfters sage. Weil langes Wochenende ist. Ich habe das Knäuze. Und da kam dann, das muss ich ganz viel Zeit. Und dann bin ich da oben. Wie kann das? Da gibt es einfach nur. Und jetzt habe ich die hier ein Knäuze. Und da oben.